I found a secret. We need something powerful like TNT. I think two will do it. Ja, Peter, das ist dein Auftrag für diese Folge. Ich hab TNT gefunden. Wir machen hier krasse Geheimnisse bei TDT. Wir sind hier wieder die sechs der letzten Folge. Das heißt Dalu und Dalu. Christian ist im Drei-Wochen-Wochenende. Wer schade, wenn das TNT eine Hand schießen würde, mit einem Polen. Wo muss das TNT denn hin zum Schiff? Ich guck mir das mal an, wenn du da machst. Legst du einfach ab? Du musst es nur da hinlegen und danach anzünden, wenn du zwei hast. Okay, ich weiß, wo das andere sogar ist. Was ist Dalu? Hä? Du musst das denn hinbringen, Peter? Ich hab nur nicht mal ne gute Waffe. Oh, das war aber. Daros! Das eine TNT wird in die Luft gesprungen. Mach doch hier nicht alles kaputt. Wieder deine TNT wurde in die Luft gesprengt. Ja. Ich glaube, Peter ist hör'n, sonst wird er da nicht so konfittend mit rumlaufen. Das hat der in die Luft gesprengt, der, ähm, hier, 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 äh. Ne, eins ist da noch. Ist doch offen, Leute. Alles offen. Ich dachte, man braucht nur ein TNT. Ja. Boah, ist ja sick hier. Ich dachte, man braucht zwei. Äh. Ich dachte, man braucht zwei TNT. Oh, was kann man hier machen jetzt? Jetzt hab ich Bock, dass da rein... Das ist ein Trader-Tester, oder was? Schweißt das mal da rein? Schweißt das mal da rein? Wow. Ey, was macht ihr da? Ihr seid so Ficker, ihr seid so Ficker. Man muss es ja noch anzünden, ja. Echt, ey. Ganz so. Des Weiteren wisst ihr ja beide, dass Venos sind. Denn ihr beide seid ja Trader. Ja. Ja. Gibt's auf der ganzen Map kein Prop? Doch. Minecraft, TNT. Genau. Kohle. Möchtest du einen Prop explodieren lassen, oder warum? Nee, ich bin... Oh! Oh! Geh weg mit dem... Oh, Bram, komm mal auf Schiff. Wollte eigentlich gucken, ob ich mich... Komm mal auf Schiff, Bram. Ich komm auch auf Schiff. Ich bin schon weg auf den Weg dahin getötet. Aua! Leute, Alter! Okay, ich wurde angegriffen. Okay. Irgendwer der Ninja ist. Das will ich testen, Bram. Der Ninja hat mich angegriffen. Jo, komme. Wo ist dein Schiff? Ähm. Da. Ist jetzt natürlich keiner Ninja. Keine Ahnung, wer da Trader ist. Wer ist... Welcher von den Wichsern war da? Kannst du dir in den Ofen neun Stücke Kohle tun, Bram. Wenn du... Kannst du dich in ein Stück Kohle verwandeln. Ich gucke, wer das denn jetzt kostet. Okay, das ist ja cool. Alter. Wer sagt denn jetzt? The Entity is not a valid prop. Oh, schade. Und vielleicht, wenn du in der Hand hältst? Ach, schade. Ja, dann muss ich einen neuen holen. Ja, hol mal ein neues. Das wäre geil. Also fährt dann das Schiff los? Ja, dann haben die in uns gewonnen. Aber du musst alle neun Blöcke finden. Das ist fast unmöglich. Wer hat mich jetzt abgeschossen? Wer hat mich jetzt abgeschossen? Ich habe gesagt keinen. Weil wir gerade was Wichtigeres machen. Wer Ninja ist. Und? Kann gar nicht Wichtigeres. Ne, wird nicht gehen, ne? Ne, ist kein vernünftiger Drop. Oh, da geht gleich die Party, da sehe ich's. Schnell, ich habe schon sieben Blöcke. Das haben wir ja nicht mitbekommen. Wir hauen ab, Jungs. Ich kann mitsammeln. Kann mitsammeln, sagt der. Zack, zwei Blöcke haben schon... Überwach das Ganze, damit hier keiner betrayed wird. Hm. Was bist du für ne klasse, Sepp? Vielleicht bist du das hier auch. Du bist Vampir? Wir wissen doch, dass es Peter ist. Warum, Peter? Dynamite Pete ist es. Oder was bist du denn? Ich bin Agent. Ich bin Agent. Okay. Dardusch, hast du noch was gefunden? Ne, ich suche hier. Ich hab schon einen wieder. Weißt du, haben die ne festen Spot? Kann wahrscheinlich, aber... Ist noch keiner gestanden? Alles gut bei dir? Ich hab nur was gut gehört. Ja, ich hab... Es gibt nur ordentlich mit ner Leiter. Und dann war Leiter-Action am Start. Mit ner Leiter oder mit ner Leiter? Sepp steht da so überall ner Haben. Ich find das alles seltsam. Ja, ich hab doch gesagt, ich überwache das hier, damit hier keiner am Schiff einfach... Oh, Peter! Ah, ja. Jay wollte gerade verhindern, dass ich da Kohle rein tu. Nee, Dalu, nee. Wollte ich nicht. Wie kommst du da drauf, Dalu? Hier ist noch ein Stück Kohle, Dalu. Ich helfe dir. Okay, jetzt sind alle tot, oder was? Noch nicht. Nö. Keine Ahnung. Ich glaub nur, Sepp. Ich bin gleich... Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Peter, den Unsichtbaren... Peter ist hier bei mir im Leuchtturm! Scheiße, ich bin voll von der Leiteradjagd. Loll! Alter, hier vor mir ist Lava runtergefallen! Loll! Ich geh fest! Ich bin tot! Ich weiß, das klingt jetzt voll wack und so, wenn ich das sage, aber ich hab null Ahnung, wo ihr seid, weil ich immer noch durch diese Katakom... ...renne. Fuck! Jetzt hab ich dich, Peter, komm! Moment. Ha! Wom... Alter, war das Schleppchen! Peter hat mich gefilmt! Mann! Da lauf ich einfach... Da lauf ich mit eh über den Strand und habe aus Versehen über so eine Scheiß Hand und dadurch löse ich den ganzen Sandboden unter mir auf und fall halt in Lava rein. What the fuck! Und vorher krieg ich auch noch von irgendeinem... ...Random Damage! Was... Warum? Ey, ich wollte dich gar nicht treffen. Ich hab mit Schuriken einfach rumgeworfen und ich hab... Du hast mich auf 30 runtergebracht, Alter! Ja gut, dann hab ich halt den Scheunern besser... Deswegen dachte ich so, okay, das heißt, ein Schakal ist irgendwo unterwegs. Ich hatte gehofft, dass... War sogar Bram war ein Schakal, der... Ich hab mich noch... Ich hab mich gerettet, indem ich dich gesidekicked habe. Ja, und dann kam Dalu von oben und hab das weggemacht. Das war richtig... Ich hab nur Peter weggemacht, du hast Bram weggemacht. Ja, bestimmt durch die Explosion. Ich bin ein harter Gambler, möcht ich mal sagen. Ey, ey, dadurch hab ich ein Scheiß für dich. Das war doch die schlechteste Runde. Ja, klar. Hier. Schere, Stein, Papier? Wo? Oh! Das war ich nicht. Oh, Moment. Oh, Alter. Hm... Ich bin ein netter Boy, ne? Wenn du ein Böser bist, möchte ich gerne als letzter sterben. Zack doch, balls. Peter, du bist ein Indocenter. Das heißt, wenn ich dich abknall, dann sterbe ich. Ich bin ein Vampire. Ich bin ein Vampire. Tu nicht, Dalu! Dalu wollt mich hauen! Dalu ist ein Traitor. Der ist oben auf dem Turm. Oh, Gott. Alter, der hat Scheiß... Du kannst mich gerne abschießen, wenn du ein Indocenter bist. Dalu. Dalu ist immer noch. Der ist immer noch auf dem Turm. Ja, und was tust du? Ich bin immer noch Gambler. Wir haben am Anfang Random Damage gemacht. Dann solltest du dich schnell wiederbeleben. Ja, solltest du dich tun, wa? Du hast nochmal Random Damage. Du bist Traitor. Ich hab's aber nicht... Ich bin kein Traitor. Du hättest das auch so die ganze Zeit confirm können. Du schatzt die ganze Zeit auf meiner Leiche. Was? Da muss man reagieren. Ah, was? Oh, der trinkt dich einfach wieder voll, der Dalu. Tut nicht. Patent. Der hat geschenkt mich. Oh, nicht da hoch. Ich will aber das geschenkt mich. Also Dalu ist ein Böser, ne? Das ist korrekt. Wer ist denn der andere Böse? Das kann ja nicht sein, dass nur Dalu der Böse ist. Der hat grad Pisse runtergeschmissen. Oh, der hat mich voll getroffen. Hat sie nicht. Und da ist jemand in der Bärenfalle geflyen. Geflyen? Geflyen, Junge. Geflyen. Aber die ist ausgelöst worden zumindest. Dadusch, bist du noch ein Böser? Ne, 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 ne. Ich hab mit dem ganzen Streit hier nichts zu tun. Ich bin auf meinem Innocent Boot und bleib hier auch. Das hätt ich vielleicht nicht sagen. Bram muss auf jeden Fall gut auf. Wer ist das? Hey, Jay, Jay, Jay. Oh, Alter, Vater. Hab ich dich erwischt? Ich weiß es nicht. Jetzt kurz. Jay, wir sind nicht mehr in einem Team. Wir sind nicht mehr in einem Team. Dalu. Ist das so? Dalu ist im Turm. Geh mal nach oben. Dalu, wo ist der hin? Dalu ist nach unten gelaufen. Unten im Turm. Also Jay und Dalu? Und? Waren mal in einem Team. Nein, ich nicht. Er hat mir vorbeigeschossen. Dalu ist eben gekillt. Oder vielleicht sind Dalu und Jay doch in einem Team. Das kann natürlich sein. Weil der Sepp war in Trailer. Ah ja. Er wollte mich erschießen. Da hat aber Sepp getroffen. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Jay ist am... Dadosch ist tot. Gib mir dein Meth, Dadosch. Ach, Lappen. Wo ist der Last Boy? Oh, da bin ich jetzt der letzte Boy. Ha ha ha. Scheiße, ich weiß das nicht. Dalu dürfte noch leben. Wie sieht das aus, Dalu? Kann ich dir jetzt noch vertrauen oder nicht? Vielleicht. Vielleicht. Ha ha ha. Scheiße, Mann. Ha ha ha. Dalu ist auf jeden Fall im Turm. Ha ha ha. Ist das so? Ja. Scheiße, Jay. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Alter, Dadosch, ey. Du schlecht, ey. Du bist gut von dem Zug weggerannt. Alter, da haut ihr von hinten den Tommi da drauf, ey. Komm. Habt ihr von Sepp die Leiche verändert? Ja. Haben wir ne Menschen. Was? Das wollte ich auch schon beim Bram machen, haben wir jetzt zu schnell abgehauen. Ja. Böse Menschen. Ich dachte wirklich so, oh shit, Dalu, Dalu wird auch sowas sagen, dass er da plötzlich zum Sidekick bruder hat. Ich hatte auch kurz Angst, dass du schießt, weil du der Erste, was ich mich begegnet bin, leider. Ich hatte Angst, du knallst mich ab. Ich hatte die ganze Zeit versucht, die, äh, die Bärenfalle über das, äh, unter dem Geschenk zu verstecken, das hat nicht funktioniert. Warum hat das bei dir damals funktioniert? Ne, die lag dahinter, nicht da drunter. Das, du hattest, du hattest, du kamst nur aus der falschen Richtung. Ah, ich hatte, ah, alles klar, Isi. Okay, das hat mich mega verwirrt. Ja, natürlich wieder rumgedödelt die ganze Zeit da. So. Dadusch ist es. What? Peter? Oh Gott. Wot the fuck? Ich wollte doch nur mit meinem Poltergeist ein bisschen rumballern. Naja. Hab ich genau gesehen. Ich bin jetzt mit Dalu-Team-Mate. Das geht auch die Entfernung nicht. Nein. Noch. Noch, Mann. Oh nein, Seth! Peter! Ah, Peter ist einfach runtergesprungen. Ja, aber er ist nicht, er ist Stuntman oder früher. Peter! Das ist schon ein bisschen auffällig, dass du dann da hinter dem... Ja, ich wurde aber trotzdem gerade von diesem Wissenschaftler runtergeschubst. Ich wusste ja, dass du Stuntman bist. Oder Freerunner. Peter. 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 Ein böser Mensch. Ja. Peter, du bist ein böser Mensch. Alter, Junge. Können Sie mal aufhören? Oh, wer ist denn jetzt hier? Niemand. Peter? Schon wieder? Dadurch, wir sind am Strand. Gibt's oben am Leuchtturm Hände, die man drücken kann? Boah, hoffentlich nicht, ey. Peter. Peter. Oh, das ist halt ein Stand-Off hier. Oh, ihr Ficker! Wann ist das denn jetzt gewesen? Wer hat wen jetzt gekillt? Alter, ich bin der Schraubgast. Ich glaube ja, niemand wurde... Oh, Bram ist auch hier, Alter. Ja, ich wollte mir das mal angucken. Der ist alles so dumm. Der ist immer runtergesprungen. Also, Sepp ist auf jeden Fall runtergefallen. Oh shit, das Wasser macht Damage! Oh fuck, ich werd auch sterben. Okay, verdient. Dann gehen wir wieder runter. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Moment. Peter hat oben eine Incendary, eine Disco gezündet. Ja, Sepp ist dabei runtergefallen. Sepp ist Confirmed Inno scheinbar. Peter ist dann wahrscheinlich Traitor. Wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Was? Warum sollte er sonst... Ihr Ficker. Loll! Oh, die Flash ist in der Shit! Bram ist es wahrscheinlich. Bram hat eine Disco gemacht auf mich. Bram ist böse. Tadosh ist auch böse. Ist das gelogen? Jawoll, Alter! Mit meinem Fuß! Jawoll! Wie schön! Ich dachte, du kommst viel lang. Ich wollt die Falle auslösen. Peter, du bist doch ein fucking Troll! Scheiße, ich hab jetzt echt safe genannt, dass du der Traitor bist, der so quatsch macht. Ja, ich wollte dich noch ein bisschen ärgern. Nein! Sie haben Sepp einfach umgebracht. Wir machen einen richtig schönen Flug, ey. Ja, ich nenne mich bei Sepp schon entschuldigt. Den hab ich gar nicht gebucht. Ja. So ist halt manchmal im Leben. Muss man ausschließen, wenn man Stuntman ist. Hallo, was war das jetzt für dich? Oh! Was bin ich denn da geworden? Hallo! Was bist du denn geworden? Was bist du denn geworden? Was ist hier? Oh, da ist einer gestorben. Oh, ja. Was? Oh, ja. Die Instant-Fake-Leiche. Ich hab einen gehört. Das war irgendwo in die Richtung hier, meine ich. Der war keinen. HODALU! Ich hab dich. HODALU hab ich verstanden. Äh, hier liegt jemand. HODALU, hast du was? Daraus ist Traitor. Ja, ne, aber der hier ist wirklich Traitor. Moment, aber DALU ist wirklich Traitor, ne? Nein, er ist wirklich Traitor. Also ist HODALU dann Jakar? Nein, er hat doch zuerst auf mich geschossen. Aber HODALU hört sich jetzt für mich nicht so an. Ich glaub, du hast einfach die Leiche geändert. Das glaub ich halt auch. Du hast die Leiche geändert. Das glaub ich halt auch. Das kann natürlich auch sein. Das glaub ich halt nicht. Das glaub ich halt auch. Dann waren wir doch einfach. Ne, ich würde einfach sagen, ich chill einfach hier. HODALU! Angreifer dann HODALU oder dem Opfer besser gesagt sagen. HODALU? Das war jetzt verwirrend, was auch immer du da gerade mir sagen möchtest. Ja, okay. Wattest du denn in der Hand da gewesen, Bram? Das fand ich ja schön. Das ist mein Jägerspieß, mit dem ich den Schnitzel hole. Ey, ich hab ne richtig geile Bärenfalle gelegt für den Typen, der oben im Turm sitzt. Wer auch immer da sitzt. Ich chill ja hier. HODALU. Ja. Tadosh, ey. Gruppenpisse! Gruppenpisse! Gruppenpisse? Oh oh. Oh und ey. Einer von euch beide ist Trailer, was weiß ich? Ich fürchte auch. Komm mir nicht zu sein. Ich fürchte nicht. Könnte immer noch Dalu sein, ne? Ja, aber der andere. War das ne Harpune? War das ne Harpune? Der kann ja auch selbst mit dem Trailer gewesen sein. Das war Peter, oder? Nein. Die Harpune ist vom Bram. Die Harpune in der Hand. Aber hier schwebt eine. Als wenn die schon gebrochen wurde. Was ist denn da jetzt oben? Ich war nicht da oben. Hast du noch zwei? Hast du noch einen nachgekauft? Da schwebt wirklich eine? Aus der Perspektive schwebt da ein? Ne, jetzt nicht mehr. Okay, das scheint irgendein Bug zu sein. Bram ist ein Bug, Alter. Deine Mutter ist ein Bug. Das ist der Nachbar wieder der besten Beweise. Ich glaub Dalu pent da oben jetzt einfach. Richtig chill. Chill. Ja, scharf, 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 scharf. Von wo kam das? Oh, au! Ich wurde erwischt. Ich weiß nicht von wo. War ein Scharf? Ne, ein Sniper Schoss. Hey, wo bist du gerade? Ja, das war... Nein, Peter hat einen Schock. Kurz mal, ich hab den Jackal umgebracht. Mit meinem Super Scharf. Wer war denn der Jackal? Also, Jay ist der böse Bub. Ja, okay. Ja, wenn er Sepp kaputt macht, das finde ich nicht okay. Da kann ich mich auch mal outen. Muss man halt auch mal machen. Okay, heißt Dalu, kommst du heute wieder? Ja. Hast du euch da? Sehr wahrscheinlich. Ne, er ist immer noch Missing in Action ganz oben. Könnt ihr ruhig bestehen gehen. Dann kann ich über. Vielleicht auch nicht. Weil er ist bei mir, also bei mir ist er Missing in Action. Ich glaub Bram ist drauf gegangen. Vielleicht ist er doch nicht. Miss de Arroganz habe ich kurz gehört. Oh, hallo. Wo ist der Dalu? Ich weiß gar nicht, wo Jay ist. Wieso lebt der Pena noch? Warum nicht? Der weiß nicht. Oh! Du bist doch nicht tot. Dalu, schreit er mit mir! Er ist am Strand. Alles gut? Ne, bin ich nicht. Doch, ist er. Er hat auch gut geschessen. Er ist jetzt in den Katakomben drin. Nee! Nee! Unten in den Katakomben. Der hat getrunken, er ist wieder vollgeheilt. Ja natürlich habe ich getrunken. Die kleine Pussy. Brauch er Leben. Sag mal mehr an wo der ist, ich weiß nicht wo er ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Er war in den Katakomben, hat was getrunken, ist wahrscheinlich jetzt wieder raus. Oder er kämmt sich einen ab, wie er das sonst auch so gerne macht. Fuck him! Fuck him! Fuck him! Fuck him! Nein! Okay, er ist das erste Mal gestorben. Nice, nice. Pass auf Mertörer. Mertörer zündet nicht. Oh, wirst du das? Ja, wirst du hier anders. Komm! Wo ist denn hier? Ist das doch nicht hier an meinem... Er ist am Schiff. Also am Schiff kann das auch sein. Er ist zum Glück woanders. Er ist zum Glück woanders. Wir können Kohle sammeln. Dann können wir hier wegfahren. Mach das! Ich muss hier erstmal eine Waffe finden, bevor ich hier irgendwas machen kann. Keine Ahnung wo der Hugo Nottenboy ist. Das ist ein Witz! Boah, ich glaube er ist in die Falle reingehaut. Das kann nicht sein! Boah, da haben wir dich ja gar nicht von ausgegangen! Oh nein! Danu hat oben nochmal eine Falle geplantet. Ja, ich war so dankbar, dass Bram unten eine gelegt und dann hast du mit meiner nicht gerechnet. Ja, natürlich nicht! Damit rechnet man ja auch wirklich nicht, dass da zwei Fallen unten sind. Also nachdem da... Oh Alter! Ich hab mir auf die Almi ja geachtet sogar! Wer hat echt den scheiß Deathfaker gelegt! Ja auch echt! Da lag sogar noch ein Boombuddy oben! Da oben war alles vermied! Ich hab mich mit dem Superschaft so schön an Dalu angeschlichen! Oh ey! Richtig sicker Place! Ja das mit dem 2... Das war... Respekt! Respekt! Aber schön! Muss ich auch mal sagen! Das war echt schön gewesen mit der zweifachen... Bärenfalle! Oh! Wie redet das dann? Ich hab mich aber erschraubt! Hast du das gesehen? Er ist das Fass! Er ist das Fass gegen dir! Ich weiß das! Ja, weil... Okay... Du bist nicht witzig, dann geh komm, hau ab! Hey, was soll ich denn da machen? Keiner mag dich auch. Was soll ich denn machen, wenn er das Fass ist? Peter! Wieso hängen ich fest? Peter hat mich angeschossen! Du hast gerade die riesen... Oh! Ich weiß, ich bin tot! Ich bin auch tot! Ne, ich bin ja selber gestorben! Wer schießt auf mich? Peter schießt auf mich! Wieso schießt auf mich? Weil du Branden durchgehen lassen hast! Ich hab nix gesehen! Ihr ist gesmoked! Ihr Verräter-Schweine! Richtig, Alter! Was für ein Terror-Ehermann! Haben wir Traitor, ich hab ihn gekillt! Ich muss mich gleich selber töten, aber ich will wenigstens als letztes übernehmen! Ich bin das! Ja, du bist auch Traitor bestimmt! Tief in den Wellen... Was willst du von mir? Du willst mich töten?! Fick dich! Peter, nein! Wohin noch einen Turm! Wohin noch nicht! Wohin noch nicht! Wohin noch nicht! Könnt du sein, mach ihn mal weg! Wohin noch nicht! Na, krieg ich mal ihn weg! Peter, du bist ein guter! Ähm, Brammen oder Jay, kann einer von euch mich übernehmen und Richtung Map bringen? Das wäre sehr nett. Ich würde mich sehr darüber freuen. Achso, du liegst im Wasser als Tropfen. Einer von euch könnte mich gerne retten. Wo bist denn du? Komm schon dran, Jay. Dadosh ist ein Böse. Hilf mir einer. Ja, schön weggesnippert. Komm schon. Schön weggesnippert, die Sau. Peter, der ist explodiert. Dadosh, hilf du mir. What? What? Nein, wieso bin ich denn außerhalb? Jetzt musst du... LOL! Was leckten ihr da? LOL! Okay, was ist jetzt passiert? Brammen, hilf mir doch. Ich brauche deine Hilfe, Bram. Oder Peter. Warte, 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 warte. Was brauche ich denn? Du musst mich als Prop übernehmen. Was brauche ich? Mit E. Wo bist du denn? Ach, da unten. Was ist denn jetzt hier passiert, Jungs? Übernimm doch die Kontrolle. Wer lebt denn hier noch? Wenn ich erlänze, dann töne ich mich. Oh, da hat jemand eine Dispel vom Tower geworfen. Dann lass ich mich sterben. Aua, nicht mich ins Wasser schubsen. Ich glaube, der auf dem Tower, der ist ein Böser. Ich glaube nicht. Dadosh, bist du oben wieder gespawnt. Ach, warte mal. Äh... Wollen wir was machen? Nein! Ja, komm, super scharf. Give it to me, baby. Nee, nee. Hinten. Dadosh. Es geht ab. Genau. Was geht ab? Ich seh dich. Oh nein, nicht ins Wasser. Nein, ich wollte mich da weg. Oh, 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 oh. Wer war jetzt der Disco-Werfer auf dem Leuchtturm, ey? Ich? Ja, wenn da vier Leute hochrennen, ja dann, komm. Oh, 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 oh. Ich war jetzt mal am Leben, und dann wurde ich weggemacht von dem Zed. Peter. Tatsächlich hab ich dich weggemacht, glaub ich. Ey, ich brauch was sagen, Peter. Ach so? Ich dachte, du hast mir den vertraut, weil ich hätte dich ja locker wegnehmen können. Nein, dann geh du diesmal hoch, ich hab keinen Bock. Peter. Wir schmeißen gerade alles runter. Peter, wirst da irgendwie... Ich weiß. Aua! Ist das wehgetan? Ja. Oh, jetzt brennt sie oben! Aua, schon wieder! Oh nein, ich falle vorne! Oh, komm mal da! Nee, das war hier nur Science! Wer hat denn hier eine Bremse aufgemacht? Das ist voll gefährlich. Aua! Ja, Moment. Ich wollte die Treppe wischen. Ich weiß nicht, ich wollte die Treppe wischen. Hallo, da. Komm, auch mit den Shredder, mach mich mal nicht. Ich bewach jetzt die Treppe. Hey! Peter, da ist es! Der hat einen Ghost in einem auf mich geschmissen. Ja, deswegen bin ich jetzt. Dann macht er die ganze Zeit schon. Okay, da stehen wir jetzt halt zu dritt hier drin. Ich lass aber jetzt keinen mehr durch. Hier, noch mal ein bisschen Spaß. Oh shit, das Licht, ihr solltet hoch! Das Feuer, das Feuer, das Feuer! Dein Ernst! Ja! Ooooooh! Das ist easy. Unten im Turm hat keiner geshoppt. Ja, dadurch und Peter waren es dann nicht. Oh, hier wurde gesniped, Peter, pass auf! Nein, hier wird nicht gesniped, das bin ich! Achso. Ich sag doch, ich sorg dafür das... Ich sorg dafür das keiner die Treppe hochkommt. Ihr Ficker! Ihr miesen Ficker! Peter, spreng! Spreng! Hass euch alle! Lebst du noch? Oh nein, bist du jetzt echt gestorben oder was? Oh fuck. Ah, durch Thomas wenigstens, nicht durch mich. Huh. Oh my god. Aber da hat uns auch das Regeln weggeflogen. Und ne, jetzt nicht auch noch ein Schaf. Peter, flieh da unten. So, jetzt noch einen Vengaboys durch den Turm schicken, Sepp. Nee, 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 warte. Und unten einfach straight nach oben. Nee, weißt du, was ich mach? Ich mach jetzt ein bisschen süßes oder saures, Peter. Wie sieht's da bei dir aus? Aua! Eher so sauer, ne? Sepp, du hast dich gerade durch im Ernst jetzt selbst... ALTER! What the fuck? Das ist so das Saures! Mann, was machen die denn alle? Wie bin ich denn gestorben jetzt? Da war ne Bärenfalle. Ah, das war meine Bärenfalle. Nee, reingeplantet. Ah, das war wieder eine wunderschöne Folge. Trubel in Terroristenstadt, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis dann. Tschüss! Tschüss! Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk